Und, wie ist der so? Der ist irgendwie anders. Er ist extrem kultiviert. Habt ihr seine Arme gesehen? Er war vielleicht mal Boxer. Sein Aussehen. Er ist ein Bild von einem Mann. Das ist er! Hä? Der? Du hast mir nicht gesagt, dass er... Ja, dass er was? Groß ist. Ungewöhnlich groß. Sagen Sie, Klopp, Sie sind schon ein richtiger Arzt, oder? Der Doktortitel, der wird's hier nämlich verlangen. Und die Urkunde müssen Sie aufhängen, sodass sie für die Patienten gut sichtbar ist. Ich bin ein richtiger Arzt. St. Maurice, jetzt beginnt hier das Zeitalter der Medizin. Dr. Klopp bietet ab sofort eine Sondersprechstunde an, die vollkommen gratis ist. Hä? Entschuldigen Sie bitte. Wenn ich was esse, dann kribbelt die Haut. Ist das nun ein Jucken? Oder doch eher ein Kribbeln? Ein Kribbeln, ja. Gut, dann... Aber es juckt schon auch ein bisschen. Meine Aufgabe ist die Hinführung der Leute zur Medizin. Tragen Sie sie täglich vor dem Zu-Wett-Gehen großzügig aufs Gesicht auf. Danach ein Glas Wasser. Das verteile ich auch im Gesicht? Nein. Das müssen Sie trinken. Herr Postbote! Guten Abend. Wer ist das? Die liebe kleine Adele. Gibt es ein Problem, liebe meiner Muskel? Nein, sagen Sie bitte Elisabeth. Die Sprechstunde ist bereits vorbei. Was ist dein Notfall? Ich verstehe. Herr Doktor, wie finden Sie meine Brüste? Und was hat er noch so? Besonders? Er war nur professionell. Wäre es möglich, dass Sie eifersüchtig sind? Was meine Liebe, wie können Sie so albern sein? Mit Ihnen zu tanzen finde ich schön. Fordern Sie mich auf? Mein Name ist Doktor Knock. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Bravo. 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 Eindrucksvoll. Sehr eindrucksvoll. Vielleicht sogar ein bisschen zu eindrucksvoll. Oh nein. Was haben Sie für Beschwerden, Madame? Überhaupt keine. Ich bin nur gekommen, weil es gratis ist.